Stopp! Bebe! Wollen wir mal gucken. Hm? Ich muss ja drei Karten nicht gezogen haben. Ja, ich würde mal sagen, Juvio. Ja. Das hast du auch lange nicht mehr gemacht. Du musst ja sehr am Bezweifeln sein. Meine erste Karte ist der Grabwächters Attentäter. Die zweite Karte ist Bogenien, das ist auch eine Attentäter-Karte. Und wir müssen Affen killen. Und Schlimmes Desaster. Desaster. Ich habe einen Attentäter, eine Schadenskarte und Schlimmes Desaster. Nein, ich werde dich töten. Das heißt nichts Gutes. Die Drachenfiole ist unterwegs. Mhm. Es wurden ja weniger. Meine Abonnenten werden wohl nicht sehr auf Marlons Gingenglotz, denke ich mal. Was ab, dass ich es verlinkt habe. Du fornest ganz ehrlich, wenn du es rauskommst, bist du selbst schuld. Ich würde es dir auch nicht gönnen, aber ich fände es toll, wenn du eine bekommen würdest. Ich meine, ich könnte ja nie wieder mit dir spielen, aber es ist toll, wenn du eine hättest. Mhm. Wir müssen immer noch Affen killen. Vier Stück. Ich würde mich freuen, wenn du eine hättest. Ich würde gerne auf dir fliegen. Und nach dem Part. Ich würde gerne eine. Äh, esse ich mal gern was. Ich will mir auch irgendwann eine verdienen, aber ich bin trotzdem verdammt neidisch darauf, was du bekommen hast. Das ist doch nur ein uraltes Zeug theoretisch. Das ist doch nichts Neues. Ja. Gold ist zeitlos. Da hat er recht. Das klingt jetzt irgendwie wie diese Sockelfassung. Werbung ist voll geil, ey. So. So. Dritter Anlauf. Nachtelfenwild. Wollte ich schon fast sagen. Und da holen wir gerne einen Wappenorg. Und da ich in HD renne, da könnt ihr alles, was ich schreibe und was im Gildenchat ist, lesen. Wie sehr wir Dapfen lieben. Oh mein Gott, du kannst Gedanken lesen, oder? Natürlich. Ich habe gerade in den Gildenchat geschrieben, hab euch Gildies. Yay. Ich liebe die Gilde auch. Ich mag die Gilde wirklich sehr gerne. Ich mag die Gilde auch sehr gerne, ich glaube mir, da muss keiner. Stimmt, weil du dich immer in einer Tour über alles lustig machst. Moped. 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 Spitzname. Genau, das ist der neue Spitzname. Moped. Spitzname. Irgendwann wird's dann vier Höhchen. Nein, das würde ich mir nicht antun, würde ich mich eher von der Decke bommeln lassen. Man kann so langsam übertreiben, wirklich. Ich werde mich gleich von der Decke bommeln lassen. Ade, du Schnöder-Abenteuer-Wild. Wir sehen uns beim Geistteil am Ende. Okay, scheiße. Du bist noch nicht bereit. Ich muss zu spät. Tja, die Chance kriegen wir nicht wieder. Mirko und. Äh. Und Kirschen an. Und bitte, mein Arktischer, komm. Äh, leck mich doch, Blizzard. Und du? Du hast doch sicher einen Arktischen, oder? Du dummer Apfel. Und Äffchen? Ich will wieder so'n Fass haben, die hatte ich lange nicht mehr. Äh, Leder. Ja. Noch ein Balken. Und Äffchen. Gibst du Epee? Nein. Doch. Und gibst du Arktische? Nö. Verdammt. Und gleich müssen wir noch kleine Äffchen pieksen. Unsere ist hier zwar eh keine Sau mehr, weil das Imba-Gespräch jetzt vorbei ist. Guckt einfach die letzten 10 Parts nochmal. Dann könnt ihr was. Dann könnt ihr lachen. So. Arktel? Nö. Mensch. Da sind die kleinen, wie heißen die? Knöchelchen. So, einen hatte ich mal als Pet in Kassel gezogen. Das war cool. Hm? Was? Knöchelchen. Knöchelchen? Das waren aber nur Kekse. Es war gar kein Pet. Hm, ach so. Das waren nur Großheizkekse. Wer kennt denn diesen großen Affen? Auch wenn das ne Mutter ist und ich das erst voll spät gemerkt hab. Uah. Ja. Komm, geh drauf. Gib mir ne Arktischen. Dann bin ich glücklich. Komm, einen noch. Ich blätter das scheiße. Hm, wie viel hast du denn jetzt insgesamt bekommen? Zwei. Oh. Jetzt wär ich mal bei der Dreierwertung geblieben. Naja, ich bin eh nur noch ein Balken hier. Deshalb würde ich ehrlich gesagt nicht auf sechs tendieren und ich kann gerade noch zwei Kuhs abgeben. Kuhs? Ich kann zwei Kühe abgeben, mein ich. Ja. Oh. Ja. Oh. Knöchelchen Nummer eins. Und was ist es hier? Oh nein, wie viele AP fehlen mir. 2000 und noch ein bisschen. Tötet sechs. Nö, mach ich nicht. Ich küll einen Mob und dann hab ich Level up. Und lock mich aus. Und bände den Part. Nein, ich geb die Kuh in der Mitte ab. Äh. Ja, doch die Kuh. Hallo? W-t-fuck. 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 Das sind all 9000. All 9000. Ich verstehe immer noch nicht, warum das so tierisch komisch ist. Es ist einfach derbebehinderten. Da braucht ihr etwas? Und die Reisen sicher sein. Level 77. Damit fehlen uns nur noch drei Level bis zum Ende. Und wir können einen Talentpunkt vergeben. Packen wir bei Tollkühnheit rein. Ja, ich meine Tödlichkeit. Damit erhöhen wir Meucheln haben wir nicht, Verstümmeln haben wir auch nicht, aber Blutsturz haben wir um 10% erhöht, ja. Dann wende ich hier den Part schon, auch wenn er 6 Minuten alt ist und bis gleich. Boi boi.